Nun schaut euch das mal an. Wie komme ich in mein Auto rein? Okay, es geht normalerweise schon noch enger, aber es gibt Situationen, da parkt man euch einfach zu. Und hier hilft tatsächlich die Herbeirufen-Funktion. Sie finden wir in unserer App, in unserer Tesla-App. Und ich brauche hier im Prinzip nur, auf den Button vorwärts zu drücken und mein Auto dabei zu beobachten. Natürlich bleibe ich in der Nähe. Schon ist meine Tür so weit, dass ich sie einfach öffnen kann und weiterfahren kann. Und ich brauche K places zu dir. Das sage ich Sie mit Madame Gül. Und ich brauche die Verrunde, meses zu erfским. 배 McKinpädely 10 Jahre,'m shear und erst und und wir kontrollieren müssen, sich zu warten. Losere fica bei der甚麼 Krisen. Das sage ich sehr viel zumal. Da würd will ich meinenilateralen Vomern Gonna play, ich Bahe. Dерг видео. Wie war die Erre, decken rein?